Kommt ein Patient ins Krankenhaus, so ist das diplomierte Pflegepersonal erster Ansprechpartner. Im Ambulanz- und Funktionsbereich ist die Betreuung des Patienten nur auf einen kurzen Zeitraum beschränkt. Die Versorgung der Patienten wird sichergestellt und bei den Untersuchungen und Eingriffen assistiert. Bei stationärer Aufnahme wird diese vorbereitet und an die jeweilige Station weitergeleitet. Die Pflege auf den Stationen orientiert sich individuell nach den Bedürfnissen des Patienten. Das Pflegepersonal übernimmt und fördert Aktivitäten, die der Patient aufgrund seiner Erkrankung nicht selbst durchführen kann. Besonderes Augenmerk wird darauf gelegt, den Patienten zu unterstützen, seine Selbstständigkeit wiederzuerlangen.